Und jetzt möchte ich die Michaela ans Mikro bieten für ihren ersten Vortrag. Danke. Ich werde mich kurz fassen. Erstens, weil es kalt ist und zweitens einmal die Leute, wenn wir hier reden, wir wollen uns nicht selbst erstellen. Ich habe gehört, dass manche die Kritik an uns haben, dass wir uns wichtig machen wollen. Überhaupt nicht. Ich stehe wirklich nur da, weil ich finde, Friede und Freiheit sehr wichtig ist. Das ist das Einzige, warum ich hier stehe. Das ist mir nicht angenehm, dass ich hier so stehe. Ganz ehrlich. Und ich mache mir jedes Mal neue Gedanken, warum wir eigentlich hier stehen. Und da habe ich, weil ich mit Intuition sehr gern arbeite, einen Satz heute gefunden am Internet. Und der heißt, Aktivism without spirituality is just another an angry mob. Also Aktion, Aktionen, Demonstration für die Friedensmahnwachen ist. Weil es gibt natürlich ja auch, wir wissen es aus Deutschland so, Emotionen, die hier und her gehen. Und das brennt furchtbar. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wenn man das Wort Spiritualität hört, weiß ich, dass viele darauf nicht immer nur positiv reagieren. Und ich verstehe das auch. Aber, aber, ich glaube, es geht hier darum, dass man das besser übersetzt, was das Wort bedeutet. Und ich würde sagen, wenn ich da so ein bisschen nur persönlich sagen kann, was es bedeutet für mich ist, ich weiß, dass ich eine Seele bin oder Seele habe, was auch immer, die sich in dieser Form manifestiert hat auf der Erde, also inkarniert ist. Und ich weiß auch, dass wir vergessen eigentlich, wer wir wirklich sind, die meisten Menschen. Und daher sehr leicht manipuliert werden. Vor allem, was unsere Lebensenergie betrifft. Und wir wissen auch oft nicht, wofür wir überhaupt auf dieser Welt sind. Und das macht das Leben dann oft sehr leer und sehr sinnlos. Und in dem Sinn ist Spiritualität für mich eigentlich der Beginn einer Arbeit an sich selbst und für sich selbst. Und der erste Schritt dazu ist, dass man sich selber wieder lieben lernt. Das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern nur einfach vom Herz aus, dass man sein Herz wieder öffnen kann und sich selber liebt. Weil erst wenn man sich selber liebt, kann man auch andere lieben. Wenn ich mich nicht selber lieb, dann suche ich immer die Liebe außen und gehe immer wieder in komische Beziehungen rein. Bin dann wieder abhängig. Die Beziehung kann nicht gut gehen, weil eben das nicht ausgeglichen und balanciert ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selber liebt. Und das ist aber erst der erste Schritt. Der nächste ist, man muss sich auch selber gut ernähren. Man muss sich selber reinigen von vielen Dingen. Und je mehr man sich gut ernährt und auch sich seelisch und physisch und psychisch reinigt, desto leichter wird man. Und wenn man sehr leicht wird, auch im Kopf, wird man sehr klar. Und wenn man im Kopf mal sehr klar ist, dann lernt man diese Realität, die wir hier erleben, mit der Politik und all den Dingen ganz anders zu verstehen. Man wird nicht hin und her geworfen. Man geht nicht in Depressionen. Obwohl man diese hässlichen Dinge sieht. Aber man versteht diese Emotionen, mit denen wir ständig konfrontiert werden, umzuwandeln. Man kann Emotionen und Gefühle umwandeln in positive Sachen. Ich kann auch einem armen Menschen irgendwo in Afghanistan oder sonst wo wirklich Liebe schicken. Und die kommt dorthin und erfüllt sich besser. Das klingt sehr ätherisch, ich weiß es, aber es funktioniert. Und je mehr Menschen das machen und es können, desto mehr ändert sich auch diese Realität, in der wir sind. Und je mehr wir daran glauben, dass jetzt ein Krieg kommen wird, desto mehr helfen wir mit in dieser Realität, dass das auch Wahrheit wird. Das ist so ein wichtiges Gesetz, das wir als Menschen erkennen müssen, dass wir eigentlich Schöpfer sind. Wir haben Schöpferkraft in uns. Und für mich ist Spiritualität zu lernen, mit dieser Schöpferkraft umzugehen. Und ich bitte jeden an, der interessiert ist, mit mir in Kontakt zu treten. Ich bin kein Lehrer oder irgendwas, sondern ich lerne genauso wie ihr alle auch. Wir sind alle am Weg. Aber ich gebe gern mein Wissen weiter. Das ist für mich am Frieden arbeiten, um Frieden in sich selbst zu erzeugen und dann nach außen den Frieden zu manifestieren. Danke vielmals. Danke. 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 Vielen Dank.